Alles gut, alles gut. Ja, äh, wackelt uns ganz lustig. Dadurch, dass wirklich nur ein... Okay, Leute, das machen wir nicht. Dadurch, dass wirklich nur ein Schuss pro Team war... Funny, aber... Ich bedanke mich trotzdem, es war ein schönes Training. Wir hatten viele Leute, wir können das Gameplay irgendwie mal noch verfeinern oder so. Jawohl, Terahawks gibt's hier... Oh, cool! Genau! Ich weiß nicht, ja. Ich scharge nach vorne, auch irgendwie moralisch. Ich schieb hier in der Reihe und bin der ganze Burschick da. Oh mein Gott! Oh, ich glaube da nicht. Aber weiter rein. Halbwegs, was war das? Ja, bei dem Wichtigen. Du musst dich nicht. Du musst dich nicht. Schön, Terah. Ach, du bist echt super, Schmarsch! Oh! Ich bin schick. Ich bin schick. Beide! Sehr schön, Terah, sehr schön. Sehr schön, Terah, du bist zu verbogen, Schuss. Was ist denn da hin? Kämpf weiter, kämpf weiter, kämpf! Ach, das ist die, ich hab keine Spons mehr. Ja, schießen! Ja, schießen wir wieder. Kann ich schießen, dieser Kugel? Ja, gestanden, ab links, Heckenfeuer. Ich hab, ja, ich hab allestens vier Leute gesehen, die bei einem Wechsel noch. Ich begrüße die Entscheidung, der Kugel sich verdrückt. Da ist ja auch so. Sehr nett, ich bin schossen. Ja, es gibt doch diesen Kaffee oder den Verbauern? Ja, so. Der Rechts ist eine Arterie, der ist das erste. Und es wird nicht befüllen, Kaffee. Es sind drei, wo können wir auch keine Freikaffe haben? Äh, ich mein natürlich zwei. Ja, aber die möchten eben hier zwei Stellen. Das ganze zu der Rechten halten, eigentlich vermessen, feuern auf das, was sie besser treffen können. Ich bin hier rechts und da, ihr macht gerade den Film, den macht ihr extra falsch, euer Ziel zu treffen, das wollte ich nicht, hab Links-Masch-Masch. Wir haben jetzt mal 8-Masch, viel zu wild drauf, ja. Ich hab auch getroffen, du Scheiße, jetzt holt ihr uns! Links lang! Ja, dann schauen wir nach, echt geil, echt geil, echt geil LB. Ja! Ich hab nur mal vor dich gestoppt. Ja! Nice! Schön, Schatz! Ich find' mich mal, ich hab' mich nicht gestoppt. Ich hab' mich nicht gestoppt. Dann gehen wir zu lassen. Gebt Feuer, rechter und vorwärts Marsch. Ja, ja, ich hab' noch nie gehört! Ich hab' ja das Team uns wecknab' Hier, wo wollte ich stationär, aber nicht. Ok, löst's aber. Rechts und vorwärts Marsch, Feuer! Ok! Achtung, alle, die stehen, bleiben auf dem Rassenmauer. Der Gegner kriegt auch's voll. Auf die linke, die andere, auf die linke, die Peleischisch. Schön, 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 schön Einem 1 Ja, 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 ja Oh, komm, schön Schön, Termin Amalina, nicht Vectress Ja Ich hab 500 AP Achso Ich glaub das ist cool Stärken, Heckenfeuer Oh, da sind wir in den Eger noch 2, 2, 2 Ja Sehr schöne Schüsse Sehr schöne Schüsse Schieß doch rechts gerne auf die Linie Schieß Häuser Die machen hier grad eine riesige Wohnungsoffensive Stehgestatten, Abliegenzeckenfeuer Und bauen die Die Bausteine Die bauen komplett neue Häuser Zack So, was das ist So, Motor Schön Da läuft einer, der sieht aus wie ein Tomaso, sehr gut Amado Das ist ein alter Daumen Einfach Ah Ach Ja, das ist ein alter Daumen Oh Tschuld Wah 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 Schuss, mach, mach! Fahr, 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 fahr! Ja, geschießt besser als die. Ja, ich weiß. Weiterschießen! Schön, schön, schön! Jaaa! Hallo ihr habt nämlich inklusive Sparfe benutzt. So! Drei Schuss, drei Treffer, was ist heute los? Hey! Keine Teamkills, please. Danke. Einfach auf die rechts. Seitdem wir einmal so Mittagro-mäßig auf uns bei dieser Haus... Okay, ich komm auf die andere Seite. Ja, das ist schon mal gegangen. Was? Guck mal, Rebekka kämpft vor uns. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wait, what? Hat er auch rechts? Kompetitiv Slime, okay. Ja, aber... Scheiße, ich hab' dich selbst gescheitert. Ich hab' dich selbst gescheitert. Ja! Ja, aber... Fixe an, du mit deine Wasser. Ah! Ansonsten so viele Leute! Oh mein Gott, ich hab' dich geholfen, ich hab' dich auch geholfen. Jawohl! Ich hab' dich noch weiter getroffen. Ach, hat er selber! Ich hab' dich noch nicht aufgelistet. Ich hab' dich noch nicht aufgelistet. Ja, du hast dich noch aufgelistet. Oh mein Gott! Neee, das ist die Sniper-Ausher, so... Das ist schon nicht so. Untertitelung des ZDF, 2020